Nach ihrem Küchenunfall hat Shirin bei Sturm der Liebe ihr Vertrauen in ihre Fähigkeiten verloren. Sie hat Angst, überhaupt wieder zu kochen. Gary möchte nicht, dass seine Freundin in Furcht lebt und versucht, sie zu beruhigen. Zwar gelingt das zunächst, allerdings kommt schon kurze Zeit später die Angst wieder durch. Diesmal, als Shirin alleine draußen unterwegs ist. Zum Glück ist Alfons zur Stelle. Zur selben Zeit braucht Vanessa eine Ausrede, warum sie nicht mit Carolin auswandern kann. So spricht sie mit Max, der zuletzt so hart um sie gekämpft hat. Dieser gibt Vanessa jedoch seinen Segen für den Umzug. Seine Ex ist davon enttäuscht und ahnt nicht, dass es einen besonderen Grund gibt, weshalb Max sie nicht in Bichelheim festhalten will. Was dieser Grund ist, erfahrt ihr am Donnerstag in einer neuen Folge von Sturm der Liebe um 15.10 Uhr in der ARD. Bis zum nächsten Mal. Sp increases cama. Spreng